Zurück hier in Sekiro, bei Genjiro, Sama, sehr wichtig hier, Sonja, Respekt, guter Gegner. Ähm, ja, mal gucken, du, ne? Das Feuerdings brauch ich nicht. Eigentlich kämpft! Oh, ich wollte mal Kreis machen mit Kriegkonter, das nehme ich. Ja, das kann ich aber auch mit Kriegkonter machen eigentlich, ne? Dann muss ich mal ausprobieren. Ja, das ist praktisch. Oh mein Gott, Alter, der ist zerstört. Ey, ich muss sagen, ich spiele gerade nicht gut. Die letzten Scheiß waren so viel. Ah, jetzt muss ich natürlich reinkommen. Oh! Ey! Ey! Ja, das ist wirklich nicht gut. Ich muss reinkommen, lass mal. Alter, der macht richtig prünetige Sachen vor allem nicht, die mir hart viel Damage machen. Aber jetzt... Ahh, das hat auch die Haaren. Ich muss reinkommen, wenn ich die Oberfläche lege, bin ich nicht. oh mein gott das war viel zu so hart gezogen ich habe trotzdem noch in diese phase gebracht alter so hart gechokt habe eben das kann man auch machen das kann man nicht oh mein gott das war ey ich hätte ihn fast platt gemacht obwohl ich so gechokt habe alter am anfang das war doch noch ein guter run weil ich nicht hätte leben flachs boah nein nein ja der chirurg der ist wichtig schlachtfeldverwalter ah verließverwalter ah man du pisser nur wegen dir oh oh mein gott das war jetzt halt bisschen dumm von mir so nein oh oh oder so dann so so danke man let's go nein nein dann mal wie denn da j ja Untertitelung des ZDF, 2020 Suck nichts. Oh. Was kann ich jetzt nicht sagen? Shinobu Exekution Erinnerung Genjiro Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen Starken, der für immer im Geist des Wolfs weiterlebt. Die Angriffsrackhandau auf der Höhe, indem man sich die Erinnerung der beim Besuch einer Figur des Bildhauers stellt. Der Wolf schworach an Genjiro Ashina, wie es die eisernen Regeln verlangt. Blutrauch Nenjutsu Eine Nenjutsu-Technik, das spritzende Blut des Opfers in Rauch verbraucht, geisternde Blühe wird nach einem älter Rückschlag ausgeführt. Der Wolf verbietet eine Möglichkeit, dass die Wachstum aus Rückschlag erlangt. Der Kampf auf Leben und Tod macht eine Schnubi aus, da der Tod eine Kraftquelle darstellt. Nenjutsu-Technik Nenjutsu-Technik sind mächtige Fähigkeiten, die nur im Anschluss an einen hinter Rückschlag genutzt werden können. Sie müssen aus dem Ausgaben und kosten Geist-Embleme. Nach der Rückschlag Nenjutsu-Technik 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 Wachstum Auf F Wennfeld Das ist alles für mich. Für mich ist das, dass ich... Ich werde mich nicht mehr verletzen. Ich werde mich nicht mehr verletzen. Der Sack. so nennt es so haben wir eine sache bekommen ich sehe die das schluss im blut des opfers noch ausschauen wir brauchen gestern wird nach dem herungsvorschlag ausgeführt okay will ich das wirklich frage ich mich gerade viel habe ich davon achso ich habe sogar acht im lager von denen ja keine ahnung wo ich hätte nicht wirklich nur was für noobs so so angriffskraft verbessern genjiro erinnerung an den kampf gegen einen starken gegnerblech erinnerung weit durchgesteckt wird sich wie das folgen genjiroaschina wurde als bürgerlicher geboren nach dem tod seiner mutter nahm die aschina ihn auf da sein land kurz vor der zwischungsstab wollte er sich heretischen techniken zu meisterte den blitz von tomio vielleicht ist er sie der schlüssel zur rettung sehr gut sehr gut körpermerkmal es geht ja nicht fähigkeiten haben wir nichts drachenfreude könnte ich machen aber ich kann auch bis zum warten damit schlüssel jr jg jj jg 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 Das war's für mich. Ich bin in der Zeit, dass ich mich begeistert habe. Herr Kroh-Sam ist es für mich. Ja. Ich kann nicht mehr, dass ich nicht mehr so verletze. Aber ich bin nicht mehr, damit man nicht mehr zu sterben ist. Ich bin nicht mehr zu sterben, sondern auch zu sterben. Ich bin nicht mehr zu sterben, dass ich nicht mehr zu sterben. Ich möchte nicht mehr zu sterben und zu sterben. ja wir werden kuro helfen das klingt gut was er sagt wir dürfen nicht anders k k k k k k k Das war's für mich. mäßigkeit text ein buch von kobe über die kunst der aufhebung des drachen ist es sieht alt aus der einwand des jahres vielen seiten jahrein ist das ritual zur aufhebung der unsterblichkeit beschreibt finde das halte Thumines des Palast und der Ukul und trinke die Tränen des heiligen Drachen vom Reich der Götter. Die Tränen der Ukul und trinke die Tränen des heiligen Drachen vom Reich der Götter. Kannst kurz hier gucken, ob wir irgendetwas triggern? Wahrscheinlich. Ah. Räuberin Miikoが暮らされていたと聞く Miikoの名は 武様 この航路は その方にゆかりの者だ そのお方は今は 亡くなられて久しいようだ 源の後期まといて戦況へ帰る そう言い残されたとか つまり 源の後期 それが戦況に行き着く鍵ということ Was ist das? 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 Ich bin jetzt ein bisschen stärker. Bist du krank geworden? Nee. Das ist auf jeden Fall so gut wie möglich schleichen hier. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Drehen sich doch safe. Warum sollte ich einen Todesstoß machen? Was ist das? Ah, gut. Aber das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Um mich abhauen kann. Was ist das? Was ist das? Das sind voll viele, ey. Was ist das? 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 So? Das ist das. Das habe ich mir gedacht. Ich habe noch einen Geist, aber ich habe noch einen Geist. Das gehe vielleicht fast, mag es nix daran, dass es so viele werden und ich bin jetzt auch ein bisschen stärker geworden, muss man sagen. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall weniger Respekt, du. Oh mein Gott, das kriege ich dafür. Damn, son. Kann seine roten Attacken reparieren, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Huh. Er sieht so spisch aus, der Baumast. Gegen mit dem Bruder, gegen mit dem Bruder. Auch selbst es beschiss, muss ich sagen. Schwerer Geldbeuter, okay. Ah, schön, dass man hier belumpt wird, für Sekunden. Ah, ich dachte, da wäre auch was. Also, er sagt mir nicht, dass die Exekution hinten noch länger dauert. Also, wenn ich den Schütze, dann mache ich es so weg, ey. So. So, da hoch, nein, da kommen wir nicht hoch. Voll Arsche, das geht, wird ja nicht aufgehen. Bis wir hier hoch. Ja. Wir haben ihn schon sicher. Wir sind nicht aufgeregt und sind beide nicht durchgelegt. Wir sind nicht aufgeregt. Wir sind nicht aufgeregt. Ach,, wir sind aber ein. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Das läuft ganz gut bisher. Das war's für heute. 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 Ich bin ja bereits Medicare. Ich bin ein bisschen auf-sch Ich bin jetzt ein bisschen weg reciht. Jetzt sagen wir, dass das geht. perfekt das hatte ich gesucht habe ich wieder umsonst leben genommen rasten wir und bänden es für heute sieht soweit gut aus wir können auch unser geld maus geben nicht mal überlegen bis dahin bis zum nächsten mal tschau